wir sind wieder hier wir haben die leben leute hier das wird noch repariert ich hoffe es geht gleich los es geht los und leute muss jetzt machen kommt und leuchten muss wen ist er fertig jetzt warte kommt krankenpfleger bitte krankenpfleger wir fahren ist immer gut aber man muss auch noch ein bisschen entgegen kommen es läuft gut von der preise her können wir sogar noch ein bisschen rauf gehen ein bisschen so knapp mit der apotheken patienten ein hammer da noch muss zusammen ja perfekt das heißt da haben wir einen stein aber man könnte noch am vierten nehmen oder wie das ist testen wir mal Oh ja und wenn man ja Hä? Test 1, 2. Hat das funktioniert? Test 2, 1. So, aufnahmische Söhne. Zack, zack. Zack. Jetzt werden wir jetzt natürlich auch 2 Assistenten an. So, eine Psychiatrie werden wir gleich machen. Assistent wird an der Aufnahme verlangt. So, machen wir da hinten eine große. Ah, sehr schön. So. 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 Die Behandlungsqualität wird mitunter vom Verhalten des Patienten beeinflusst. Wir haben inzwischen eine zweite. Die Nummer eins für lokalen Nachrichten. Wir beleuchten jedes Thema. Von zwei Seiten. Denn was heißt entscheiden Sie selbst? Was specken? Das ist Radio Two Point. Was weiß ich? So, haben wir auf jeden Fall geschafft? Wir Copy die Aufladen. Was ist gespannt, dass wir im Kreuzdekli87 im Kiel selbst entfernen. So ein paar Wiener sind. Wir sehen uns in der Regel. Wir sehen uns hinterher. So ein paar Wiener dann noch in der Kiel aber noch. Wir sehen uns, dass die Barsch und der Wunschang. Erstmal schön. Wir sehen uns schon mal wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt hoffentlich auch gleich, dass ich so viele wie möglich kommen. Alles ist besser als mein letztes Hobby, Ortsschilder sammeln. Der Gesundheitsinspektor betritt das Krankenhaus. Krankenpfleger zur Apotheke, bitte. Klar schon, aber wir schaffen das. Ja, haben wir auch. Der Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Das ist zu teuer. Wartung im Pausenzimmer erforderlich. Wir entschuldigen uns für den Möding. Wir entschuldigen. Wann wirklich? Wartung im Pausenzimmer Was bieten wir hier an? Perfekt. Der 44. Anrufer an der Strecke Anrufer an der Strecke Danke. Ach, ich bewundere den Optimismus unserer Sendeleitung. Wir hatten noch nie mehr als sechs Anrufer an einem Tag. Und davon hatten sich zwei verwählt. Das läuft aber. Wir bitten unsere Patienten ihren Aufenthalt zu genießen. Es könnte ihr letzter sein. Hört aber gut aus mit der Heilungsrate noch. Das ist Kaka. ... ... ... ... sehr gut jedes mal wenn ich was bauen will kommt das voll Hm. 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 Wow. Wichtige Durchsage. Bitte vergleichen Sie unsere Verhandlungspreise nicht im Internet. Komm schon. Machst du das nur bauen? Wo lassen wir es? Okay. Aber beim nächsten Mal seht ihr, wie es weitergeht, dann sehen wir hoffentlich bald Welle 4. Haben wir Welle 3 hoffentlich geschafft. Bis dann. Macht's gut. Ciao.